Wir haben gerade ein Eis zusammen gegessen. Ja, woher soll ich wissen, dass du Geburtstag hast? Ich habe heute Geburtstag. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich heiße übrigens Julia. Und du? Heinrich. 22,80 Euro macht das dann bitte. Bitte sehr. Wie viele treue Herzen bekommen ihr für meinen Einkauf? Treue Herzen? Ja. Treue Herzen. Ich sage Ihnen mal was. Treue Herzen gibt es nicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!